Hoffentlich nicht. Oh Gott. Den Eingang hier draußen müsstest du dann natürlich auch noch mal irgendwann verschönern. Warum muss ich alles machen? Das ist doch deine Wohnung. So, wo bist du denn jetzt? Im Haus. Ich packe hier einfach mal ein paar Lightstones hin. Die liegen da so rum. Warte, ich komm schon. Ich komm schon. On the way. Zack, zack. Zack, zack. Oh. 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 Oh, ich bin davon. Oh, ich bin davon. Hm, wo packe ich jetzt die Weißen hin? Ne, ich weiß es noch nicht. Haha, wo packe ich die Weißen hin? Ich weiß es noch nicht. Du Bisch, war der witzig. Das sind Dekorationsgegenstände, die gut aussehen werden. Ich glaube, ich weiß, wo ich die Weißen hinpacke. Ich weiß, wo ich die Weißen hinpacke. Nee, 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 nee. Das mach ich dann auch lieber aus Gravel. Hab ich Gravel, ja. Pam, 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 pam. Halt. Hab ich das nicht da gut gemacht? Nee, 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 nee. So. 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 Gebenfalls brauche ich noch ein Repeater. Aber mein anderes Problem ist, dass das Redstone vielleicht nicht reicht. Redstone ist noch im Haus. Ah, okay. Schön. Ich bin wie so ein Elefant im Schorzellanladen. Schlag alle Siegkraft von der Verkabelung kaputt, wenn man sich wo rüberkriegen will. Pam. Oh, das hat funktioniert. Oh! Ach so, ein Zug. Zufall. Ich wollte schon vor Ewigkeiten Aufnahmepausen machen. Ja, wir machen gleich. Ich baue jetzt noch den Raum hier fertig und dann das Weihnachten und dann freuen sich alle Kinder über Geschenke. Genau. Und ärgern sich, warum wir noch nicht in der... nicht mehr Beta spielen, weil... au. Ja, aber die Aufnahme ist schon viel zu lange... Naja, kannst du ja die Parts noch zu lang schneiden, wie du es möchtest. Oh, das war das schon wieder hier. Das noch wegschlagen. So. Aber ich denke sowieso, dass ich noch... Ach, ich weiß nicht, das wird schon passen. So. Hauptsache Flügeltüren, die offen sind. Schalter. Schalter on the wall. Ja. Ja, regelsamt. Gucken wir mal, was anderes falsch ist. Das gefällt mir nicht. Was gefällt dir nicht? Ähm, das hier. Ich kann's grad nicht erklären, dass hier noch Clean Stone ist. Manchmal habe ich persönlich was gegen Clean Stone. Und dann... So ist cool. Das ist cool, Baby. Voll cool, Mann. Hey, guck mal. Warte, ich komme... Wir holen. Oh, cool. 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 Voll cool. Wie die dir alle folgen. Die kleinen, willigen Sklaven. Grüne. Mehr hab ich gerade nicht. Grüne, ja, es sind Grüne. Die können durch Gift laufen. Oh, das ist cool. Äh... Moment. Äh... 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 Bist du gerade geil gesagt? Ich find's geil, ja. Okay, ich mach dir... Ich mach dir rote Vorhänge links und rechts dran. Darf ich mein eigenes Kino nicht geil finden? Mehr hat niemand gesagt. Äh... Wie man anders... Achso, ja, Sticks macht man sich, indem man Holz übereinanderstapelt. Die Sklaven. Ja, nee, Sticks. Also, dass ich das Rezept von Repeater noch vergesse, ist ja noch okay, aber... Sticks. Hey, komm, das ist kompliziert. Das ist... eine sehr schwierige Technik. Nebeneinander... Nein. Diagonal. Nein. Aber, äh... Nebeneinander! Hat er auch nicht. Nee. Habe ich schon Diagonal gehabt? Nee, das ist genau das, was ich nicht haben will. Nein. 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 Soll ich auch ein Bärchen nehmen oder so? Um zu lecken? Äh... Ja, warte hier. Oh, wieder. Das muss... Nein, das ist auch der falsche Vorhang. Das muss der Vorhang mit dem links... Nein, das ist auch der falsche. Nein, das ist auch der falsche. Ja, ich brauche mehr Bilder. Achso. Ich mache noch ein paar. Bilder sind so ressourcenaufwendig. Ja. Ja. So. Das hier. Und... Oh. Dann noch da. Und... Ich blick mir jetzt in Wolfram. Und... So. Ja, genau. Ich will noch ein paar Bilder mehr gebrauchen. Wegen... Und so. Verstehste? Ist klar, Murat. Ja. Ja. So. Aber sobald die Vorhänge hier fertig sind... Dann... 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 Dann ist die gut von heute. Ja. Miii. 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 Ganz gleich dieses Oberstück vom Vorhang. Ja, du brauchst das hier... Ne, das ist nicht das Richtige. Das muss so unten gewählt sein. Da gibts auch noch zwei unterschiedliche, oder was? Jep. Oh Gott. Wie gut machst du deine Texture Packs bitte? Tja, ich bin episch. Und das dauert nicht lang. Nein. Nein. Und du musst es nur noch so machen, dass der Vorhang zugeht, wenn ich das Licht ausmache. Ja, das wär so voll episch. Aber das geht... Ah, verdammt! Das war's noch! Nein! Ah! 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 Das war's! Nein! Ah! Ah! Oh Gott! So, jetzt muss man hier oben nur noch diese Linie durchführen. Diese Linie... Diese... Ah, jaja. Diese... Linie. Diese... Oh! So hab ich keine Bilder bählen. Das steckt... Die hängen da nur in den Garten und muss immer gegen das Glas springen. Achso, okay, gut. Die ganze Zeit passiert. Hier klappt wieder alles, die Brutzung ist. Nein, nein. Das sah lustig aus. So ein vollfalsches Stück vorhanden. Perfekt. Sehr schön. Jetzt noch den Fußbottel mit roten Teppich auslegen. Dann machen wir es los. Nach dem Teppich untermachen. Das und die und jenes und alle. Und drum und dran. Und wie viele rote Wolle haben wir? 25. Das reicht wahrscheinlich nicht, aber... Können wenigstens anfangen. Dann haben wir so 300, also was. Ich weiß nicht, sollen wir nicht so eine Umrandung lassen? Ja, die Steinenrauben würde ich hier vorne sowieso viel dran lassen. Genau. Wir können auch nur in der Mitte so eine Treppe so zu... Also der Raum wird hier... Also ich dachte der Raum wird nach hinten dann wieder so geht, so nach schräg nach oben. Ja genau. Dann, ich mach jetzt erstmal hier vorne das rein. Genau. Man hat ja immer vorne beim Kino noch so ein bisschen Platz. Hm. So. Passt. Grad so. Jetzt hab ich noch viel Wolle über. Das ist ja eng hier. So. Wärts schon besser. Das ist ja eng. Ich merk das nicht immer, dass es wirklich ist. Und dann macht man hier... Hier mach ich auf jeden Fall mal Steine hin. Weil das hat dann so eine Kinoatmosphäre. Man geht so durch den Stein an den Gang und dann kommt hier... So. Jetzt sitzt du dich hier hin und dann stehe ich hier vorne. Willkommen zu unserer neuen The Witcher 2 2.0 Präsentation. So. Genau so sah es da auch aus. Cool. 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 Ja mit dem schönen Bild von den Zombies verabschieden für uns. Jajajüche. 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 Sag mal tschüss. 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 舘шего.